Ein herzliches Willkommen zur heutigen Ausgabe der Emma Show. Hier ist Emma und ich bin begeistert, euch durch unser heutiges Programm zu begleiten. Es ist eine besondere Freude, einen regelmäßigen Gast bei uns zu haben. Lasst uns alle zusammen einen herzlichen Empfang für den Nual bereit halten. Hallo Emma, ich möchte mich herzlich für diese freundliche Einleitung bedanken. Es bereitet mir große Freude, heute Gast in Ihrer Show zu sein. Heute stehen wir vor der Produktion der fünften Episode unserer Sendung und starten damit, den Inhalt des fünften Dialogs zu erkunden. Dieser Gesprächsaustausch findet zwischen einer Passagierin und einem Mitglied des Zugpersonals statt, aber ich denke, wir führten ja schon ein Gespräch zwischen zwei Fahrgästen. Ja genau, zwischen zwei Fahrgästen. Aber in diesem Dialog handelt es sich um Ticket kaufen zwischen einem Mitarbeiter und einer Kundin oder Fahrgästen mal sagen. Ja okay, also fangen wir mal an. Ja okay, also Ar-Ra-Kibatou, Ar-Ra-Kibatou bedeutet die Fahrgäste und Al-Mu-Wazzaf bedeutet in diesem Kontext der Mitarbeiter. Also es kann auch Beamte oder Angestellte bedeuten. Ar-Ra-Kibatou kenne ich schon von unserer dritten Episode, aber Al-Mu-Wazzaf nicht. Ja, also Ar-Ra-Kibatou, die Fahrgäste, kommt zum Mitarbeiter Al-Mu-Wazzaf und fängt an mit As-Salamu Alaikum. As-Salamu Alaikum, welches wortwörtlich bedeutet Frieden sei mit Ihnen oder mit Euch. Und Al-Mu-Wazzaf antwortet mit Wa-Alaikumussalam. Wa-Alaikumussalam, also die gleiche Phase, aber nur umgekehrt gesagt. Was für eine Begrüßung? Sie ist eine islamische Begrüßung, die wird bei uns oft verwendet. Sie ist also praktisch, man benutzt sie in allen Fällen und mit allen. Früher, aber vor dem Islam gab es verschiedene Begrüßungen, die die Araber benutzten. Und ja, immer noch manchmal benutzen, wie Marhaban oder Marhaba. Was meinen Sie denn mit in allen Fällen? Ja, As-Salamu Alaikum und A-Alaikumussalam. Diese Art Begrüßung wird sehr oft benutzt, wenn zwei Freunde sich treffen oder beim Familientreffen, in der Arbeit, auf der Straße, bei einer Infostelle und so weiter oder in einer Klasse. Ja. Wow, interessant. Ich finde sie bedeutsam und sogar schöner als Hallo. Ar-Rakibatu, also die Fahrgäste, sagt dann, Urid bedeutet, ich will, ne? Richtig. Im Arabischen braucht man, wie wir schon das mehrmals besprochen haben, die persönlichen Vierwörter, ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie, in wenigen Fällen zu benutzen. Der Zuhörer kann reibungslos das gemeinte persönliche Vierwort erkennen aus der Verbkonjugation. Also das Verb Uridu, Urid, ist eine Abkürzung für Ana Urid, welches ich will, bedeutet. Ana Uridu, Yalual. Schön. Jetzt Tadkira, Uridu, Tadkiratan, Tadkira bedeutet Ticket im Allgemeinen. Aber du hast es im Satz anders ausgesprochen, und zwar Tadkiratan. Ja, die Melodie An, Tadkiratan, An am Ende, bezieht sich auf Tashkilat. Ich habe alle Sorte damals im Vortrag 1 der Serie Arabisch lernen muss einfach sein erklärt und auch Übungen in vielen anderen Vorträgen gemacht. Aha, okay. Ja, nun, Lilqitar, das Nomen Alqitar bedeutet der Zug und der Buchstabe Lam am Anfang im Sinne von Für, also für den Zug. Das Wort Al-Muttajihi, Al-Qitaril-Muttajihi, Al-Muttajihi ist im Sinne von Richtung oder Fährt Richtung X zum Beispiel und Ila bedeutet nach oder zu, je nach Kontext. Ila. Aha, Al-Mahattatut Taliyah oder Ila Al-Mahattati Taliyati, also Al-Mahattat Taliyah bedeutet die nächste Station. Ich nehme an, Al-Mahattah bedeutet die Station und Taliyah, nächste, richtig? Weil im Arabischen das Adjektiv nach den Nomen kommt und nicht vorher wie im Deutschen, ne? Sehr gut. Sie lernen super schnell. Danke, es macht Spaß. Okay, bitte weiter. Und am Ende haben wir Minfadlik in diesem Kontext bedeutet Bitte. Also, wenn man eine Bitte hat und sagt im Deutschen zum Beispiel, mach hier sauber, dann sagt man auf höfliche Weise, mach bitte hier sauber. Im Arabischen benutzt man in diesem Fall Minfadlak für Maskulin und Minfadlik oder Minfadlik für Feminin. Minfadlikka oder Minfadlikki. Okay, machen Sie weiter, Yal-Mahattatut Taliyah. Gut. Al-Mahattav, also der Mitarbeiter, antwortet mit der Frage, bedeutet, willst du das Ticket für zwei Personen? Das macht aber keinen Sinn. Wieso für zwei, aber sie ist allein? Nein, sie ist nicht. Wir werden das gleich erfahren. Also Geduld bitte. Ach so, sorry. Kein Problem. Also, hell ist ein Fragemittel, das vor dem Verb steht, im Fall einer Fragestellung, die mit einem Verb anfängt. Das haben wir ja schon mehrmals erklärt. Ja, stimmt. Turidin ist die Verbkonjugation bei du, unter turidu, anti, turidin, aber im Feminin. Also, anti-turidina, du willst für Feminin. Aha, man sagt also, anti-turidina bedeutet, du willst für Feminin? Ja, genau. Al-Tadzkirah, wie gesagt, bedeutet das Ticket und Schachsain, Schachsain bedeutet zwei Personen und das Lam vor Schachsain, Li Schachsain bedeutet... Bedeutet für, ne? Richtig, Emma. Schön. Was sagt dann Arakiber? Sie antwortet... Bedeutet nein, meine Freundin kommt nicht mit. Aha, jetzt verstehe ich. Sie hat ihre Kumpel ein mit. Ja, genau, deswegen. La bedeutet nein. Richtig. Und der Rest? Der Rest, also Sadika, bedeutet Freundin und ti, also Sadika ti, wird meine Freundin. Schön. Ja, Len ist ein Negationsmittel des Verbes im Fall des Futurs, denn die wortwörtliche Übersetzung für Len ta'ti ya mai ist, sie kommt nicht mit, also in Präsenz. Aber die Negation hier bezieht sich deutlich auf das Futur, im Sinne von, sie wird nicht mitkommen, also eine Negation für ein Verb, das noch nicht stattgefunden hat. Deshalb wird hier das Negationsmittel Len verwendet. Das Verb ta'ti ist eine Konjugation im Fall sie kommt. Ta'ti, sie kommt. Und letztlich mai, mai, hier im Sinne von mit mir. Aha, diese neue Sorte der Negation ist neu für mich. Ich habe das als Notiz aufgeschrieben. Also, lan zum Negieren für die Zukunft. Genau, richtig. La, sadikati, lan, tatia, maid. Sehr gut. Danke. Also, dann weiter. Bin Fatika. Gerne. Yaluay. Also, Al-Muazzaf, der Mitarbeiter, sagt ihr dann Hasanan. Thamanuha sab'u layratin. Hasanan. Thamanuha sab'u layratin. Das Wort Hasanan bedeutet gut oder okay. Tamanuha bedeutet es kostet und layrat ist der Plural der Währung ihrer. Ist das richtig? Oh wow. Ja, richtig immer. Hasanan, Yaluay. Aber was bedeutet denn Sab'a? Bedeutet sieben. Ach so, sieben Lira hat sie gemeint. Ja, genau. Aber ich möchte bezüglich dieses Satzes darauf hinweisen, dass Thamanuha wortwörtlich Iya kosten bedeutet, sodass Thaman, Thamanu, Kosten bedeutet und das Haar, Thamanuha am Ende im Sinne von Iya, da das Ticket im arabischen Feminin ist. Deshalb hat sie gesagt, Iya kosten sind sieben Lira. Oh wow. Schön. Dann Al-Rakiba sagt, haka miata layratin. Haka miata layra. Bedeutet hier, hier sind 100 Lira. Haka bedeutet hier? Ja, aber nur in diesem Kontext und nicht im Allgemeinen. Ach okay, alles klar. Ja. Al-Modaf, der Mitarbeiter, also sagt, lenn je'ti al-qitaru fi waqtihi seyeta akkharu qalilan. Lenn je'ti al-qitaru fi waqtihi seyeta akkharu qalilan. Bedeutet, der Zug wird nicht pünktlich kommen, er wird etwas später sein. Lenn ist ein Negationsmittel, das für das Futur verwendet. Wir sehen, die Übersetzung sagt, der Zug wird, also Futur und fi wordwörtlich bedeutet in und waqtihi bedeutet seine Zeit. Aber zusammengesagt, fi waqtihi ist ein Ausdruck, der pünktlich bedeutet. Lenn je'ti al-qitaru fi waqtihi seyeta akkharu qalilan bedeutet, er, also der Zug, wird etwas spät sein. Seyeta akkharu qalilan. Qalilan kann ein bisschen bedeuten oder wenig. Schön. Und was antwortet Arakiber? Arakiber antwortet mit Lenn takuna muskila. Lenn takuna muskila. Bedeutet, das wird kein Problem sein. Das Negationsmittel Lenn wird, wie gesagt, für die Zukunft verwendet. Und saantaziruhu bedeutet, ich werde auf ihn warten. Antaziruhu ist ein Präsensverb, aber mit dem Sehen davor wird Futur. Genau. Okay, bitte weiter. Dann sagt al-Muazzaf, tafaddalil baqi. Tafaddalil baqi. Bedeutet, bitteschön, hier ist der Rest. Was bedeutet al-Baqi? Al-Baqi bedeutet der Rest. Ah, okay. Weiter Januar min fahleck. Ja. Arakiber sagt ihm dann shukran lak. Shukran lak. Bedeutet, danke dir. Genau. Und al-Muazzaf antwortet mit afwan. Afwan. Bedeutet, bitte, richtig? Sehr gut. Schön. Ich habe das Gespräch gemocht. Viele wichtige Vokabel zum Lernen. Jetzt ist es Zeit zu üben. Sehr gern. Ich bin Arakiber und sie sind Al-Muazzaf. Also ich fange mal an. Okay. As-salamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ich will eine Tazkirat an. Al-Kitari. Müt-Ai-Yi-i-i-i-i-la-mahat-sat-i-i-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. In-Fad-Rak. Lann-Yi-I-Eti-Al-Kitari-Fi-Wakit-eh. S-Ayata-Akh-hari-u-Kalila. Lanta-Kuna. Mushkila. Santa-Ziru-hu. Tafad-Dalil-Baqi. Shukran-Laka. Afwan. Wunderschön. Jetzt können Sie ein Zug-Ticket in den arabischen Ländern kaufen. Shukran-Yalua. Afwan-Yaima. Nun, das bringt uns zum Ende unserer heutigen Sendung. Und ich möchte zuerst meine Wertschätzung gegenüber unserem Permanenten. Wir hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal erneut willkommen zu heißen. Vielen Dank Emma und bis zum nächsten Mal.